So Freunde, Willkommen zurück zu Sonic Heroes, das letzte Mal haben wir die ersten 3 Level und den ersten Boss besiegt. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich habe ja, ich muss noch was ankündigen, ich habe ja ursprünglich gesagt, ich wollte neben der Sonic Story auch noch die Dark Story machen. Das werde ich an der Stelle einfach mal abkündigen, sage ich mal. Weil ich bemerkt habe, dass es einfach keinen Sinn macht, weil es 1 zu 1 fast dieselben Level sind. Ja, die Plattformen sind halt mal nicht da, sondern 3 cm daneben oder ein Stück kleiner. Das habe ich so nicht mehr gewusst. Ich habe gedacht, das sind komplett neue Levels, aber da habe ich mich einfach mal voll getäuscht. Und damit würde ich euch die ganze Zeit mehr langweilen. Also von daher nur die Sonic Story und dann ist das Let's Play auch beendet, weil es gibt nicht viel mehr sehenswertes. Wenn man eine Story gesehen hat, dann hat man im Grunde alles gesehen, meiner Meinung nach. Wer da nicht meine Meinung ist, kann das ja Serverlet's Play oder so. Aber ich werde nicht weiterspielen als die Sonic Story. Vielleicht muss ich mich erstmal hier wieder eingerüben, weil ich habe davor keine Spielsession gemacht. Ich werde jetzt mal eingerüben, weil ich das, weil ich das hier durchaus machen könnte. Okay, das sieht man, was hier oben jetzt ist. Ah, tut viel. Hey, dafür hat es voll gelohnt, wenn es da. So, und hier noch mal fangen oder was. Wow, ich bin gut. Okay, weiter geht's. Egal, warum nehme ich jetzt den Sticker? Ah, man weiß es nicht. Egal. Oh, das ist so ein Fly-Level, die meint das eigentlich nicht so gerne. Weil die zwei, oh Gott. Zwei, die langweiligsten zum anderen schlecht konzipiert sind in der Regel. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier mit dem ersten ist. Oh, wer es sehen. Ah ja, diese Flügel, die heißen eigentlich nicht anders als für die, ähm, die Leiste da vor Tails einmal wieder vollbekommen. Das Item kommt aber eh nicht vor vor, als das, das ist irgendwie ganz wichtig wäre, oder so. Das ist einfach klar. Ich weiß nicht, egal, Passagen und so. So. Aber ich bin relativ froh, dass wir jetzt schon das Level 3 für Fels haben. Und ich fühle mich nicht ständig gegen Gegner mit Beführenden und Beführenden, aber irgendwie gar nicht mehr. Und da ist ein Panzer. Boah, Sturk-Panzer. Na, stirb aus. Nachdem doch Fels. Mein Gott. Ne, was war es völlig egal. Ich weiß ja, erst mal fünfmal vor dem Triff. So ganz vor dem Lüten zu. Und wir bäschel, ne, dann ist das für Geschwindigkeit gekommen. Boah, boah, ich muss ja erst mal den Panzer da killen. Und dann wieder Sturk-Kalb. Es ist, wie gesagt, Fly-Label sind jetzt nicht unbedingt die abgespanntesten im Super-Label. Deswegen werden die auch ein bisschen langweilig nach einer Zeit. Oder was heißt in der Zeit, sie sind einfach langweilig. Aber jetzt kommt der Power-Abschnitt. Und wir fahren ganz viel auf. So, hier habe ich noch eine Flüsse, muss ich den anderen nicht in der Zeit besuchen. Ah, ich fahrt feinlich. Weil es langweilig ist. Und wir rennen. Und wir rennen. Looping's up. So, never up. Oh yeah. Oh, jetzt hätt ich mal jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich jetzt erschrocken. Ich möchte mich da gerne an den Ring hängen. Danke. Oh, ich fühl cool an dem Spiel, dass es hier so viele Altern-Betriege gibt. Oh Gott. Da bin ich eindeutig zu freiwillig in Street-Guy. Weil der ein bisschen über die Feuerwelle noch rüber spielen kann. Und das ist prima, danke. Oh mein Gott. Überall Zeug. Aber ich glaube, man konnte die Feuerwelle auch zerschießen. Aber hier brauchen wir das noch nicht. Oh Gott. Oh nein. Verdammte Scheiße. Oh nein. Oh mein Gott. Stirb aus. Boah, diese Feuerwelle, ey. Hier, einfach nicht da. Und stirb aus. Oh, schreie doch, sterben wir. Ja, einfach vor allem. Das macht ganz viel Sinn. Dieses Level ist immer noch langweilig. Oh nein. Ah, jetzt mal hin. Mal wieder, was interessant ist. Oh Gott. Nein, da neben gesprungen. Oh, gut. Gut. Oh, das ist denn da. Oh, natürlich renne ich einfach mal voll gegen ihn. Weil ich gegen ihn rennen kann. Aber ich muss es gerade, dass es gar keinen Schlüssel gegeben hat. Langsam müsste der mal kommen. So, jetzt aber nochmal der Power-Up-Schlüssel. Oh yeah. Was ist mit Rady so cool? Ich könnte einfach voll rum spielen. So, so. So, so. So, so. Hallo, treff ihn nochmal. Nein. Treffen. Oh, treffen. Treffen. Mann. Danke. Oh, sie können schließen. Die sind gefährlich. Oh Gott. Wenn ich den Ringer breiten, was macht der? Irgendwo einfach mal voll den Sage-Schlüssel. Egal. Ich glaube aber jetzt dürften auch gleich so ein Manni kommen. Oder? Ja, ja, ja. Aber hier irgendwo muss da eine Schlüssel rum. Irgendwo. Irgendwo. Oh je, je. Schlüssel. Bitte. Keine Schlüssel vor. Ich glaube ich das nicht. Aha. Geht's auch. So. Oh, das war auch schlimm. Da sollte man ihn auf den Fly Guy nehmen. die 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 das ist wunderbar oh Gott oh ich muss mich jetzt in den Lüsten kommen und nicht in die Lava zu fallen weil das Ganze gar nicht mehr so einfach ist wie es jetzt vielleicht aus dem Markt ah leben, leben, leben gib mich aber wie billig das auch gemacht ist das so ist so treffen bitte ich habe keine Zeit so fertig und wir kriegen die Special Stage das ist wunderbar das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gedacht nachdem ich so lange keine Schlüssel gefunden habe aber es hätte letztendlich auch nicht gehabt wunderbar wir können besser machen ok ich habe mir ziemlich viel Zeit gelassen und ich würde sagen nach der Special Stage mache ich dann nochmal Schluss weil wie gesagt nur ne ich habe das noch gar nicht gesagt was erzähle ich denn hier ich werde ab jetzt noch 15 Minuten Platz hochladen weil Entschuldigung ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren weil ich möchte das Ganze hier auch gerne schaffen weil ich möchte das Ganze hier auch gerne schaffen oh wie knapp das ist ja nein warum nicht ja so jetzt nochmal eine kurze Erklärung es kommen noch auf 15 Minuten Parts weil die Dateien entgroß werden weil ich die Qualität billig hochschrauben musste weil das sonst noch nichts aussieht und deswegen ab jetzt noch auf 15 Minuten Parts bei Sonic Heroes und ich würde sagen das ist ein wunderbares Endbild wir sehen uns beim nächsten Mal tschü 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 sl